Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, wir stehen hier so schön rum und laufen hier lang, zack 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 zack, aber so geht das, haha. Ja, wir sind in der Folge 1008 und äh, was haben wir gemacht? Wir haben Blöcke gesetzt, haha. Wie schön ist denn das? Wir können jetzt gerade weiter Blöcke setzen. Und ja, es ist schön, wenn es so verdächtig ist. Ach ne, da nicht. Da nicht, da nicht, aber hier können wir hinsetzen. Ach ne, 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 ich will hier runterfallen, danke schön. Ach, puh, da sind ja drei Blöcke, ach, nein, da, 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 danke. So, dann können wir jetzt hier, zack zack, einfach mal Blöcke setzen. Wunderbar, können wir das nämlich einmal schön zubauen. Zack. Ne, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, aber hier. Ja, und das Ganze können wir jetzt hier noch 50 mal wiederholen. Damit wir unsere XL-Farm hier wieder voll machen können. Ach, zack, schon wieder. Schon wieder, äh. Zack, 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 zack. Och, okay, nö, 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 das ist doof. So, da können wir jetzt nämlich, warte, da kommt an, ne, das war eine Partikel von der Fackel wahrscheinlich, ne. Zack. Ah, oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Zack, also schon wieder ins Deck weg. Wie viel haben wir auch, wir haben ja fast nichts mehr im Metall. Es ist ja fast alles irgendwie weg, ne. Zack, und dann hier wunderschön hoch. Und hier, jawohl. Wunderschön. Ah, ne, doch, komm, das ist doch doof. Wie hab ich da gerade den Block getroffen? Das ist ein bisschen weirdo. Zack, zack, wir verbauen uns so oft das ist. Ja, guck mal, da haben wir schon wieder 38, da können wir jetzt nie wieder. Ah, da wird schon unser Speed weg. Genau, das wäre jetzt, sonst wäre mir runtergefallen. Deshalb haben wir uns gerade hingeschnickt. Och, und jetzt schon wieder. Zack. Wunderschön. So, und hier einmal kurz die Reihe an Blöcken hinsetzen. Ah, jetzt sind wir runtergefallen. Jetzt sind wir runtergefallen. Das wollten wir doch gar nicht. Egal, dann setzen wir uns hier Blöcke hin. Müssen nur nachher darauf achten, wenn wir das Wasser setzen, genau. Und wo wir das hinsetzen, dass wir da nicht. Das ganze... Ist eine Katze hier unten, oder sind das die Katzen oben? Ich glaube, das sind die Katzen oben. Weil wir die Katzen irgendwie nur hier hören, an dieser Stelle. So, wir können das auch... Ne, wir können das auch einfach wieder easy peasy so machen. Wunderschön, ne? Na gut, da können wir auch zack, 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 zack. Die Frage ist jetzt nur, ich weiß es nämlich gerade nicht, wo wir die... Wahrscheinlich müssten wir alle zwei Blöcke schon da Trichter reiben. Dann müssen wir aber gucken. Tatsächlich. Wo wir dann tatsächlich die... Die Blöcke hinsetzen müssen. So, jetzt müssen wir hier so zack, 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 zack. Genau, da können wir nämlich hier... Wunderschön die Blöcke setzen. Ja, ah, ah. Keine Blöcke mehr, wir müssen neue Blöcke... Und haben ja nicht noch Stein hier unten. Wir haben noch zwei Stacks hier und hier wahrscheinlich auch noch... Ja, guck doch mal, müssen wir da gar nicht hochgehen. Können wir jetzt die doch einfach gerade hier graften. Ui. Ist doch viel, viel entspannter. Ist doch sehr, sehr viel entspannter. Zack, zack. So, und jetzt können wir hier wieder rückwärtslaufen. Ist doch... Wunderschön. So, jetzt können wir hier erstmal kurz essen. Hallo. Wunderschön essen. Zack, und hier auch wieder. Zack. Ja gut, da wird sowieso wahrscheinlich nachher zugebaut. Genau, da können wir das hier so machen. Wunderbar, so. Ach, stopp. Einmal da. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt alles einmal durch. Wunderbar, wir haben alles einmal durch. Das heißt, jetzt ist es dran mit den Sleburinos. Das heißt, wir nehmen uns einmal vier Stacks mit und machen das so. Ja. Ändergister. Genau. Und zwar brauchen wir eine Werkbank. Das heißt, die Werkbank war, glaube ich... Ah, ne, die war bei den Tools-Sachen drin, ne? Haben wir die Tools-Sachen, die waren gar nicht dabei. Ah, wo sind sie denn hin? Ah, die stehen noch hier. Okay. Das verrät's natürlich. Das ist hier Backup-Zeugs, die kommen wieder hier zurück. Das ist Tools und das ist Raketen. Das heißt, das ist Bottle of Enchanting und das ist Tools-Bucks. Und das ist... Neda-Quartz, was ist denn hier drin? Ach, hier haben wir... Ja, okay, gut. Da ist auch unser Essen drin, ne? Ganz im Übrigen. So, wir brauchen die Werkbank, die palazieren wir mal hier irgendwo mit bei. Und machen daraus mal ein paar Stufen, wollte ich sagen, ein paar Slaps. Wir brauchen sehr viele. Die Frage ist jetzt, wir müssen die Slaps jetzt genau hier oben dran setzen. Vielleicht wäre es doch Sinn, ich würde mehr andere Slaps machen anstatt dir. Dass wir nachher genau sehen, ja, also, dann vielleicht die ja wieder abbauen müssen, ne? Das ist eine gute Idee, ist eine gute Einwand. Wir schmeißen mal die Slaps hier raus. So, und wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack, und zack. Wir machen das mal mit Stein-Slaps, weil das ist vielleicht ein bisschen besser anzugucken. Weil wir müssen das nämlich so einmal hinsetzen. Weil hier das hier nämlich genau... Jetzt könnte es gleich irgendwo dunkel sein, aber wir sind mal gespannt. Wir lassen uns mal auf uns drauf wirkeln. Ob wir da irgendwie... Irgendwas sehen, zack, zack. Dann müssen wir mal gucken. So, wunderschön. Wunder, wunderschön, das ist doch eine gute Sache. Ah. Ja, guck doch mal, wie schön das ist. Hoch. Das wollten wir nicht. Ah, jetzt kommt man gar nicht mehr hoch. Böö. Klar kommen wir auch, zack. Indem wir so und so bauen. Indem wir uns so hoch bauen. Wunder, wunderschön. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir schon mal drei... Na, nicht schlecht. Drei Stacks, mehr wie drei Stacks gebraucht für... Dieses bisschen hier, sag ich jetzt einfach mal. Für dieses etwas mehr wie drei Stacks. Nämlich nicht. Na komm, dieser eine Slap ist doch egal. Wenn ich jetzt wegen jeder Slap da runter springen soll, dann muss ich ja ewig nur wieder muck klettern. Na, keine Monster. Wurde, wurde das Mob Spawning in der 1,19, 2 irgendwie... stark verändert. Ach, komm. Naja, wir sind gespannt, was er ja gleich dann mal irgendwann anmucks kommt. Oder wir müssen mal rausgehen. Ah, warte mal. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, was wir hier gerade machen. Ne? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir müssen ja... Müssen, das müssen wir mal kurz ausprobieren. Wenn wir jetzt hier, äh... Äh... Wir nehmen mal... Vier Stück. Genau, wir machen jetzt mal hier zu. Ähm... Ne, zu machen wir. So, wir gehen jetzt hier hin. Wenn wir das jetzt so machen... Dass wir hier Wasser... Ach, wir müssen... Wir müssen noch ein Wasser mehr holen. Warum haben wir noch ein Wasser dabei? Und so. In der Toolbox müssten wir wahrscheinlich noch ein Wasser... Nö. Ja, doch, wir hätten hier da ein. Guck mal. Dann fangen wir den Axelrodel wieder ein und dann ist gut. Zack. Eingefangen. Zack. 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 Ah, warte mal. Das war wieder falsch. Ja, es ist dunkel. Ich weiß. Ähm... Es wird auch noch sehr viel dunkler werden. Ja gut, also ich sag mal... Prinzipiell macht das halt mehr Sinn, äh... Es macht halt mehr Sinn mit... Genau, es müsste jetzt bis hier hin... Müsst das jetzt... Wenn ich jetzt das hier drauf drücke, dann... Wird sich das genau so passieren. Ich meine, das war nicht zu vermeiden, ne. Aber... Dann wird sich auch keine Quelle bilden. Okay, das heißt, wir müssen im Prinzip, äh... Wo, 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 wo? Schlimmer dein Leben hier. Das heißt, wir müssen zuerst mal die Wassergeschichte fertig machen, bevor wir hier... Das heißt, oh, pff... Und dann bauen wir die auch noch so langsam ab. Ja gut, äh... Mega-Fail. Mega-Fail-F3 und E. Nein, Spaß. Äh... Gut. Ja, das war ein Mega-Fail. Das heißt, wir müssen... Wir müssen nochmal alles abreißen. Die Liftleiter nix. Schade, aber wir müssen erst das Wasser setzen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann ist es trotzdem ein Bewertung da. Also, wenn es dir gefallen hat, dann lass trotzdem ein Bewertung da. Besten Daumen nach oben. Und, äh, ein Abo wäre nicht schlecht. Bis jetzt in der nächsten Folge. Tschau, Leute.